Geschwind, geschwind, jetzt geht es los. Die Freude, die ist riesengroß. Im Königreich gibt's viel zu tun. Deshalb beginnen wir auch nun. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Tale of Kingdoms. Herzlich willkommen in meinem kleinen Königreich. Nicht wahr, Mr. Auktionsbedingser, Bums, Mopeds? Deine Preise sind doof. Ich brauch wieder mehr Zeug. Ja gut, aber ich werd jetzt erstmal schnell zur Bibliothek gehen. Ob ich da vielleicht wieder irgendwas machen kann oder so. Mal schauen. Mal schauen. Ist das hier? Ja, hier ist. Hallo, guten Tag. Hallo, Mr. Komische, rote Augen. Und hallo, guckst du mich mal an, wenn ich mit dir rede? Ja, geht doch. Jetzt krieg ich einfach mal wieder hier drauf. Ja, vielleicht hat's was gebracht. Auf jeden Fall gab's EP. Und, äh, ja. Passt. Hallo? Das sind aber lustige Türen. Aha. Ja. Stimmt. So kann man's machen. Hm. Lustige Idee. Werde ich vielleicht auch mal machen. Hä, brennt hier was? Ne. Gut. Wär auch vielleicht nicht so gut gewesen in der Bibliothek. Aber, ja. Hätte's dann auch nicht ändern können. So. Bei den Magiern war ja auch schon lange nicht mehr, weil da war ja auch irgendwie nichts Spannendes, wenn ich mich recht entsinne. Aber jetzt werde ich erstmal ein bisschen Ressourcen abholen. Jawohl. Denn schließlich gibt es ja noch ein paar Häuser zu bauen. Und irgendwann muss ich dann mein Privatzoo hier auflösen. Spätestens, wenn ich mein Schloss fertig habe. Was macht der denn da um? Der bewacht mein Crafting Table. Ja, braves Hündchen. Bei Wind und Wetter bewacht er mein Crafting Table. Sehr gut. Hallo, kleines Kätzchen. So klein bist du gar nicht mehr. So. Oh nein, es ist dunkel. Oder es wird dunkel. Da ist doch bestimmt wieder beim Holz... Ach hey, so wenig nur. Beim Holz ist doch dann bestimmt wieder dein Creeper drin. Stimmt. Ah? Angst? Hallo? Hallo? Alles gut. Alles gut. Nicht mich hauen. Ich bin dein Chef. Oh man. So ein Mist. Keine Ressourcen. Dann kann ich jetzt erstmal... ...noch nicht wirklich viel bauen. Bis hab ich... ...1, 2, 3... ...4... ...naja, wobei... ...5 Stacks... ...aber kein Holz. Leute... ...werb fällig mit dem Holz hier. Ich könnte ja mal noch... ...1, 2... ...Arbeiter fürs Holz engagieren. Boah. 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 Bleib doch mal ganz ruhig. Hilfe. Ich muss hier weg. Die Typen machen mir auf Dauer Angst. So... ...Möglichkeit 1... ...ich bastel jetzt noch an meiner komischen... ...hässlichen Brücke weiter... ...und mach die vielleicht schöner. ...Möglichkeit 2... ...ich fang mit meinem Schlösschen an. Ich glaub, ich arbeite erstmal an der Brücke weiter kurz. Weil die ist schon irgendwie grad gar nicht mal so schön. Wie ich finde. Etwas, äh... ...erst mal behilfsmäßig, sozusagen. Gewissermaßen. Ein wenig. Ah, der Schnee sieht so schön aus hier mit dem Texture-Pack. Der wirkt so richtig... ...ha, fluffig. Oh. Da hinten ist... Oh, oh. Weg. Ah, ich hab noch weg. Ich hab noch weg. Sehr gut. Für Creepers ist das natürlich hervorragend. Für den Rest irgendwie eher nervig. Aber was soll's. Ja. Hello. Aber die unterschiedlichen Zombie-Modelle vom Texture-Pack finde ich auch... ...irgendwie total süß. Mit dem Hirn... ...aus den Gegnern... ...aus ihrem Schäbel... ...gewissermaßen... ...sozusagen... ...machen wir hier einfach mal so ein paar... ...kleine Brücken-Pfeiler hin. Sooo... ...ein Wunder, dass die noch nicht eingestürzt ist... ...wo die doch noch gar keine Pfeiler hatte. Bis eben. Und hier machen wir noch einen hin. Sooo... ...es ist... ...fast... ...wunderschön. Aber nur fast. Hier noch einen... Ups. Da nicht. Hier noch einen hin. Sooo... ...und... ...sooo... ...da... ...ja... ...ja... ...so... ...damit kann ich leben. Jetzt, äh... ...ist die Brücke erstmal... ...notbehelfmäßig zumindest... ...abgestützt... ...und kann nicht mehr einstürzen... ...wenn ich gleich weiter dran rumbastle. Oh, wo kommt denn das Gold her? Was von dem Zombie? Äh... ...komisch. Aber irgendwie... ...hm... ...so ist das irgendwie blöd. Wenn ich jetzt hier noch Zäune lang mache... ...das ist irgendwie... ...irgendwie nicht. Ich find das hässlich. Echt jetzt. So kann ich das nicht lassen. Das muss ich anders machen. Ich find das... ...ich dachte ja eigentlich... ...die geht so gerade rüber. Ich hätt die gerade rüber besser machen sollen. Weil irgendwie so... ...wie soll man denn so einen schönen Rand machen? Jetzt mal im Ernst. Es wird doch... ...es wird doch niemals schön. Kann man da jetzt machen, was man will. Es sei denn... ...und ich mach vielleicht hier noch ein bisschen breiter. So... ...so... ...ja... ...und wenn ich jetzt hergehe und einfach... ...näh... ...was hab ich denn hier noch so? Stairs. Hm. Äh. So. Stairs. Hm. So. 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 ...und so. Und so. Na ja. Müsste ich jetzt so machen. Sieht das aus? Nee. Also die muss auf jeden Fall weg. Dann mach ich den noch weg. Und dann mach ich stattdessen... ...da einen hin. Hm. Sieht irgendwie komisch aus. Wenn ich jetzt hier... ...so... ...und so... ...und so... ...und so... Ah, es könnte Form annehmen. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht reiße ich gleich dann auch wieder alles ein. Aber... ...wir werden sehen... ...sprach... ...der Blinde zum Tauben. Ja ja. Äh... So. Und so. Und noch hier. Und noch dies. Und noch das. Ja. Irgendwie... ...nehm... ...naja. Zumindest mal was anderes, ne. Nicht schön. Aber... ...selten. Hier vielleicht noch eins hin. Ein bisschen. Ja. So kann ich das erstmal lassen, glaube ich. Ach, vielleicht mach ich hier noch mal Fackeln drauf. Oh, ich brauch mal Fackeln. Machst du hier eine. Da eine. Hier eine. Und da eine. Oh, nö ja doch schon. Doch, das finde ich gar nicht mal so hässlich. Jetzt mache ich am besten noch... Ah ja, ich habe noch ein paar Stonebricks. Dann werde ich das nämlich hier so ein bisschen so... So. Äh, den mache ich mal kaputt. Ach, das wird dann immer bestimmt, wenn ich irgendwie hier Fixed Kingdom oder irgendwas mache. Zwar weggerissen. Aber ist ja erstmal egal. So. So ein kleiner Durchgang quasi. Ah, das sieht dann schon besser aus. Zieh mal noch den Dreck weg. Und auch nochmal durch Stonebricks ersetzt. Ja. Doch. 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 Kleiner hier Geheimgang. Die Tür müsste ich dann noch hinknallen. Die Crafting Table. Ne, hier natürlich nicht am Start. Und hier müsste ich auch mal noch was machen. Hier. Eins, zwei neue Steine. Ich muss mal schnell Steine kaufen gehen. Ich muss mal schnell Steine kaufen. Schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Derer. Spute dich. Wir haben nicht den ganzen Tag, äh, Nacht, äh, Zeit. Ach, hier ist ein Crafting Table. Na, so ein Wunder. Dann wollen wir zumindest schon mal keine Tür kaufen. So. Ah ne, was essen sollte ich mal. Nom, 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 nom. Nom, nom. Hört das auch mal hier auf mit Niederzuschlagen. Sonst bin ich irgendwann ganz niedergeschlagen. Hello, Mr. Zauselbart. Äh, ich hätte gerne, bitte, danke, einmal... istan nochmal, ähm, äh, äh, äh? Äh, äh? Äh, hat ja gar keiner hier, äh, äh, Moped-Blöcke hier? Stone? Ach doch, da. Hol mir einfach nochmal einen Stack. Dankeschön. Ach, hier wäre ja auch ein Craft. Nee, ein Chest. Geht's ja hoch. Ist das eine privaten Schlafgemärcher. Oh. Ist das ein Redstone? Ne, es ist... Was ist das? Nesserwreck. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Den habe ich auf Portazzo schon mal gesehen. Ja, ja, ja. Äh, Portazzo? Was ist das? Äh, fremde Königreiche. Ferne Königreiche. Äh, beziehungsweise welche diesmal werden wollen. Oder so. Halalalalalala. Schnell, schnell, schnell. Wir haben ja nicht viel Zeit. Lalalalalala. Ah, so viele Blümchen. Ach ja, damals. Wisst ihr noch, wo ich noch Blümchen gesammelt habe? Wo König Dera noch ein armes Würstchen war. So? Hm. Schon. Gar nicht mal schlecht. Herr. Specht. Lass sie hier klicken. Mal ein bisschen da klicken. Packen wir hier noch eine Fackel hin. Da noch eine Fackel hin. Hier. Ja. Schöner. Schöner wird es erstmal nicht. Wo, das ist doch schon mal. Das ist doch, das ist doch. Ich denke, damit kann man leben. Äh, Kritik und, äh, fiese Flames bitte in die Comments. Danke. Oder, äh, Verbesserungsvorschläge. Och, schade. Ach, stimmt. Geht nicht. Wäre lustig, wenn man die vor die Fenster klappen könnte. So, jetzt werde ich aber nochmal schnell Auktionshaus checken und, äh, schnell Zeug abholen und alles ganz, ganz schnell machen. Da sich heute die Folge leider schon wieder dem Ende nährt. Ich muss gleich weinen. Ganz traurig macht mich das. Ja gut, soll ich in Clay investieren oder was? Nein, sicher nicht. Sonst müsste ich anbauen. So, aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt einfach so dreist. Es regt mich auf, ständig hier rundherum zu rennen. So. Boah, besser. Es ist zwar eine kleine Schwachstelle in der Verteidigung. Ah, geht doch. Aber, äh, oh. Ah, Steine, Steine mache ich dann beim nächsten Mal hier. Äh, so. Jetzt wird noch schnell gebaut. Und dann, äh, ist auch schon traurig sein angesagt. Da muss ich wieder warten. Tschö, 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 ihr, tschö, ihr Freaks. Tschö, tschö, Hund vom Baumeister. Hallo, Baumeister, ich bin nochmal da. Äh, so erstmal noch Holz kaputt machen. Kaputt. Bitteschön. Dankeschön. Dann machen wir nochmal ein großes Haus direkt. Sehr schön. Und, pass mal auf, Kumpel. Äh, weil wegen, äh... Na, kriegt man da noch ein kleines Sinn? Gucken wir da noch ein kleines hin. Kumpel, willst du dir mal ein bisschen Mühe geben? Jawoll. So, zwei neue Häuschen. Rundgang machen wir dann, wenn das letzte gebaut ist. Dann gibt es einen kompletten Überblick über das komplette Königreich. Ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, hoffe, dass ich hoffe, ihr... Ich fange den Satz am besten nochmal von vorne an, weil daraus wird jetzt definitiv nichts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte jedenfalls eine Menge, denn ich habe jetzt eine wunderschöne Brücke und Mr. Baumeister ist auch bald fertig und dann Rentner und wir sagen für heute erstmal Tschö! Tschööös!